hallo willkommen zurück zu einer neuen Folge von BullyBitch und wir waren hier stehen geblieben genau also wir haben hier noch einen Blick reingeworfen und wir sind übrigens bei der letzten Level in dieser Welt so ist es aus YouTube ja genau und ja bauen wir weiter passt es so wie ich mir das gerade vorstellen ich denke mal das ist okay so okay dann sehe ich immer da kann ich auch nachschauen coolerweise wie es läuft okay letztes drehen die sich hoch und dann fahren die weiter okay okay jetzt hat Bully da oben einfach schütteln aus der Luft rum und bewegt sich einfach keinen Millimeter ist nicht gut das Brückenbau ist so einfach wäre ähm folgendes ich mache mal so ich mache mal so 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 ja perfekt so ähm, nein, das muss ich dann schon anders machen, nein, 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 das muss ich ganz anders machen jetzt muss ich ganz anders machen, ja, ich muss ganz anders machen, ok, bis sie sofort nicht so viel schnippeln ist das eigentlich, das ist so krass muss ich alle überprüfen und dann, ach, hätte ich schon können, dass mir auch viel zu schnippeln ok, ich glaube, das könnte so passen von der Höhe her ja also, ich würde gerne mal testen, aber wenn ich das jetzt so mache, dann sehe ich halt nicht, sehe ich halt, dann fliegen wir gleich ins Wasser und dann sieht der Kopf gleich, dass ich das Level nicht bestanden habe ich kann nicht testen, ob das so gut wäre von der Höhe her und so äh, so oh, das war ein bisschen schwumm zack, zack zack, zack genau, jetzt haben wir wieder die Brücke jetzt die andere Brücke zack 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 Äh... Hä? Was geht hier ab? Selte. Es war einfach lustiger als irgendwie auf der anderen Seite befestigt. Was? Was ist das? 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 Okay. Ich müsste es eigentlich in die andere Richtung hochdrücken lassen, weil ansonsten kann ich das einfach nicht bewerkstelligen. Eigentlich nicht, ne? Das hier, die Seite, geht ein bisschen zu weit raus. Ansonsten die Seite. Müsste ich eigentlich das probieren, irgendwie in die Richtung hochzukommen. Also so. Ja. Ja. Hammer. Okay. Wenn das jetzt so geht, dann hätten wir das. Ja. 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 Komm schon. Das muss ich nochmal sehen. Achso, schau mal hier. Jetzt aber vielleicht, eventuell, hoffentlich. Achso, okay. Okay. Eventuell sowas? Ja. Jetzt hat er hier sowas. So, am Bissen soweit. Das ist zwar nicht schlecht gewesen an sich, an sich, aber... Jetzt machen wir ein bisschen anders und zwar... Die Straße ist einfach zu schwer. Das geht zwar so, aber dieses Ding gibt es die ganze Zeit. Warte mal, das ging jetzt sogar. Schau mich da, das geht sogar. Nein, auf der Seite nicht. Muss ich nochmal sehen. Die Seite geht, die Seite nicht. Der Anfang kriegt zusammen. Drei Ecks. So. So. Komm schon. So. Wer ist da nicht? Was bricht denn da die ganze Zeit? Die Straße vielleicht? Und der Dreieck letztendlich auch immer so wert Ah, da zeichnet's... Da? Er ist da oben? Wenn ich's nicht sehe, kann das sein? Ja. Instant. Warte, ich glaub's ging sogar. Ja! Danke! Kompleted Desert. Errungenschaft freigestellt. Danke! Holz-Stahl-Seil. Monster Truck und noch Monster Truck. What the fuck? Da hab ich voll die Geschwindigkeit drauf. Toll, ich darf die nicht als Schanz erbauen. Ja klar, die müssen ja irgendwie ihre Plätze tauschen. Warte mal. Was? 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 Leute! Muss ich den etwa... Aber kein Scheiß. Was? Echt? 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 Doch, ich glaub, das muss ich echt so machen. What the fuck? Sonst krieg ich den denn nicht umgedreht. Und dafür soll das Geld reichen. Es war unglaublich cool, aber unglaublich teuer. Wie soll ich denn das... hinbekommen? Was? Schönen? Das muss eher so zacken. So. So. Ecco. So. Ich denke, so muss man das machen, aber das ist ja unglaublich teuer. Überleg mal über die vielen Kräften, über die vielen Gehkräften, der da reinfährt. Wie soll ich denn das machen? So. 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 Das soll... Das funktioniert, Fragezeichen, Nase-Raufe-Zeichen? Als Ernst doch, ist das wirklich? Ist dieses Level möglich, Fragezeichen? Nein, gut. So, das haben wir ja. So... Das bringt mir nichts. Egal, nichts. Das ist das andere. Oh, das ist wohl noch ein bisschen. WTF? Das würde zwar... Eventuell geht das sogar. Aber... Er fliegt nicht weit genug. Ich mach mal eins oben weg. Das war perfekt. Wenn das so geht, dann bin ich glücklich. Z. 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 Es bricht zwar komplett zusammen die hintere Stelle da, aber das ist mir relativ egal. Das war's für heute. Z. Z. Machen wir das mal anders? So. 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 Loll, er ist nach unten gefahren. Overbudget. Was? Ich wusste gar nicht, dass es geht. So. 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 Ich habe schon wieder die Folge überzogen. Ich hasse das. Ich hasse das. Gut. Das heißt, wir sind jetzt im nächsten Level. Ich habe schon wieder alles überzogen. Alle fahren übrigens gleichzeitig hier. 1, 2 und 3. Oh nein. Es wird schon schwer. Ich sehe schon. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tag! No? evl. Azure E